Hallo und herzlich willkommen bei Loreline.de. Mein Name ist Eklis. Wir machen den Erfolg ganz ohne Schocks aus der Episode Pforten von Maguma. Das heißt, der große Golem, der sich da gerade dreht, der muss angegriffen werden. Und dabei dürfen wir uns nicht von seinen Schockfeldern treffen lassen. Jo, ähm... Ist ein bisschen knifflig, weil gleich macht er diese dumme Attacke. Oder auch nicht. Diesmal scheint es, wenn wir uns haben. So! Oder auch nicht. Ist ziemlich einfach. Lasst euch nicht von Projektilen treffen, die weiß leuchten und aussehen wie so ein Kugelblitz. Yeah. Viel Spaß beim Nachmachen. Lacken und Abonnier nicht vergessen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!